In diesem Video werden die schnellsten Marvel-Charaktere gezeigt. Baby Groot, 2,4 kmh, ziemlich langsam. Okay, Loki, 28 kmh, so ein normaler Mensch, I guess. Das hier ist Nick Fury, warum ist der schneller? Komisch, Ant-Man ist auch schneller. Wie erheben die das, ganz ehrlich? Black Widow ist auf einmal 54 kmh. Black Panther, okay, ja, der ist fit, der ist da. Daredevil, 84, okay. Hulk ist so schnell? Okay, kommt der normale Groot noch? Weil es war ja Baby Groot da, keine Ahnung. Captain America, 96 kmh, Spider-Man, let's go, das ist der beste Marvel-Charakter. Thanos, abfuck, Abomination, Thor, fast 200 kmh, warum? Ohne Hammer, Falcon, 402, okay, versteht man. Thor mit dem Hammer so schnell, 1300, Captain Marvel, ich finde die nicht so nice. Ja, hier, War Machine, sehr, sehr geil, ich liebe Iron Man, 3700 kmh. Und jetzt der schnellste? Quicksilver. Hopp. Ich Fantastisch. Untertitelung.